Hier präsentieren wir die 5 beste orthopädische Matratze Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Wer auf der Suche nach einer sehr günstigen orthopädischen Kaltschaummatratze ist, der sollte einen Blick auf die Matratze von Betten ABC werfen. Sie ist in zwei Härtegraden erhältlich und kann in allen gängigen Größen bestellt werden. Der Kaltschaumkern ist in 7 Zonen unterteilt und bietet trotz des recht geringen Raumgewichts von 30 eine gute Stützwirkung und gute klimatische Eigenschaften. Der Buhkern ist 14 cm hoch und dank des Doppeltuchbezugs, der mit Klimaweite versteppt ist, ergibt sich ein sehr gutes Schlafklima. Nummer 4. Wenn Sie eine Tonnentaschen für den Kernmatratze vorziehen, sollten Sie sich das Modell von Traumnacht anschauen. Sie ist in drei verschiedenen Härtegraden und allen gängigen Größen erhältlich und bietet eine 7-Zonen-Aufteilung, die für einen hohen Schlafkomfort sorgt. Im Inneren kommen 500 in Taschen gelagerte Federn zum Einsatz, die die Matratze in ihre Zonen unterteilt und für eine gute Punktenelastizität sorgen. Dank des Klimawandes ist die Luftzirkulation hervorragend und auch der Bezug, der aus 41% Baumwalle, 31% Polyamid und 28% Polyester besteht, kann überzeugen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Die Giga und FKT-zertifizierte und geprüfte Matratze von Ravensberger überzeugte im Test auf ganzer Linie, denn sie bietet einen Kaltschaumkern mit einem hohen Raumgewicht von 45, was im Härtegrad 3 für optimale Liegeeigenschaften für Personen zwischen 80 und 140 kg sorgte. Der 7-Zonen-HR-Kaltschaumkern hat eine Dicke von 19 cm und die Matratze kann bis zu einer Größe von 200-220 cm bestellt werden, sodass sie auch für übergroße Betten gut geeignet ist. Der Baumwall-Doppeltuchbezug 280 g pro Meter ist mit hochwertiger Klimahohlfaser versteppt, was die klimatischen Eigenschaften zusätzlich verbessert und für einen hohen Schlafkomfort sorgt. Nummer 2 Bei dem Modell von Diapur handelt es sich um eine etwa 24,5 cm dicke und unterm Strich sehr günstige orthopädische Matratze aus Kaltschaum. Sie ist in 9 Zonen unterteilt, wodurch sie sich gut an den Körper anpasst und sie bietet ein insgesamt sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kern besteht aus 23 cm dickem Kaltschaum, der so geschnitten ist, dass sich eine Unterteilung in 9 Zonen ergibt. Der Doppeltuchbezug besteht aus Polyester, entspricht dem Ökotex Standard 100 und ist bei 60 C waschbar. Im Härtegrad 3 bietet die Matratze einen festen Liegekomfort, der insbesondere für Rückenschläfer ideal ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als beste orthopädische Matratze konnte sich das 23 cm hohe Modell von Format durchsetzen. Die Matratze überzeugt durch eine sehr hochwertige Verarbeitung aus unterschiedlichen Materialien im Inneren und einem sehr hohen Liegekomfort. Als Hauptmaterial kommt am Inneren ein 16 cm hoher Kaltschaumkern mit einem Raumgewicht von 40 cm zum Einsatz. Darüber liegt eine 4 cm starke Wischkurbeschichtung, die für eine besser punkte Elastizität und Anpassung an die Körperkonturen sorgt. Der Bezug besteht aus einem dünnen Vlies und darüber ist ein abnehmbarer Doppeltuchbezug, der mit einem 180 g prometer Klimahohlfaser Vlies versteppt ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube Kanal.